Leute, es ist Zeit für Unlucky-Knock-Betwas-Comeback! Seid bereit, es geht nur... Okay, los geht's! So, OP-Knock-Knock-Knock, wo seid ihr? Warte, hier kommen zwölf Stück, tue ich ein paar Abonnieren zurück, und Leute, es geht wieder weiter mit Unlucky-Knock-Betwas. Wir holen heute nur OP-Sachen und werden auch längere Folgen machen, also mehrere Runden in einem Video. Weil, ja, so gesagt, ja, nur eine Runde ist langweilig und so, und deswegen mache ich jetzt einfach mehrere. Okay, komm! Alter, ich hab voll die gute Hose, du hast verloren! Wieso? Eine Hose, ne? Die ist richtig OP! Wirklich? Das ist auch OP! Was ist das? Wirst du gerade teleportiert? Nee, aber ich hab noch verreicht. Ah, was? Ey! Hör auf! Ist zu gefährlich! Hör auf! Tschüss! Haha, viel Spaß! Mama, ich will... Ja, passiert davon! Alter, das dauert eineinhalb Minuten! Egal, das hältst du aus, oder? Nee! Warum nicht? Ey, das ist voll blöd! Kann gar nichts machen, gar kein Lucky-Blöcke öffnet so! Egal! Wir machen jetzt eh schnelle Runden, wenn das Bett gleich weg ist, ist es einfach weg! Nee! Doch, doch! Wir machen heute kürzere Runden, ja? Nee, machen wir nicht! Hör auf! Alter! Hä? Der Villager fliegt auch! Nee! Das war ein Villager, als ob! Alter, wieso? Hä? Reportier ich mich auch zu dir? Ja, du bist auf meiner Seite! Hey, ich bin nur so! Ich bin bei deiner Base! Äh, das gibt's nicht! Doch, ich bin da! So, komm, Flora-Lucky-Blöck! Wo bist du? Oh, Manu! Hä? Loll! Was war das? Ich hab die ganze Zeit einfach geschlagen! Ey, wieso? Ja! Wie lange hast du das noch? Loll! Da hab ich mir so... Ey, nee! Wow! Da hab ich einfach die Schocks und dann schaff ich es nicht! Ganz ehrlich! Ich schlaf die ganze Zeit und ich hab mich runtergeschubst! Nein, ich bin selber runtergefallen! Beide, doof, Mann! Ein Tee! Ja, bist du einfach doof! Ey, jetzt hab ich überhaupt nichts mehr! Ich muss schnell die Runde holen! Woher hat er ein Bett? Sonst hab ich verloren! Alter, ich hol das jetzt! Fast Bridge! Go! Loll! Ein Tee! Das gibt's nicht! Hä? Hä? Oh, nein! Ein Tee! Äh... Oh, oh! Tschüss! Komm runter! Ey, bitte lass mein Bett in Ruhe! Bitte, bitte! Ein Tee! Das gibt's nicht! Was? Ich werd abholen! Oh, oh! Komm her! Tschüss! Wie viel hältst du aus? Beide! Ich hab einfach keine Chance! Ja, komm, hol mein Bett! Dann machen wir einfach die nächste Runde! Wo bist du? Nein! Du kriegst mich nicht! Ja, ich kann dich ja nicht mal killen! Wow! Oh, Mann! Ich bin OP! Ich kann hier nicht mehr rüber! Komm! Ich geb dir eigentlich... Ich brauch mal mein Silber ab! Tschüss! Nein! Ich hab verloren! Ach, Mann! Okay, weiter geht's! Los! 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 Okay, 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 okay! Komm schon, komm schon! Hallo, gib mir doch Koppel! Bitte! Du verbrennst das alles! So, vier Stück! Alter, mein Item! Was ist mit dem? Ich hab ein OP-Item! Item! Wirklich! Geil, oder? Alter! Ich will... Warte! Das gibt's nicht! Runde so schnell beenden, oder was? Ja, das ist voll unfair, irgendwie! Ja, das wär doch blöd, wenn du hier jetzt sofort nach drei Sekunden beendest! Stimmt irgendwie! Ja, dann hol ich einfach nach die Blöcke! Komm hier! Invisible! Schnell, schnell! Du warst ein Block, hä? Bringt der! Weißt du? Gar nix! Was denn? Ich pack den Helm, glaub ich, in meine Notfallkäste! Oh nein! Wieso hab ich das gemacht? Ich hab die Endermänner geschlagen! Jetzt greifen die mich alle an! Oh oh! Hey, ich kill die! Goll! Easy! Kommt her! Ihr habt die alle! Komm schon! Hä? Was ist das? Ich bekomm einfach Speed! Wie nice! Okay! Altie, wo bist du? Ah, da hinten! Hier! Okay, weißt du was? Was denn? Ich komm gleich rüber! Nee, hör auf! Oh, ich kann nicht fliegen! Schade! Ich brauch eigentlich... Was? Ich bin voll OP! Ich will auch OP sein! Und Leute, ihr habt doch in den Kommentaren geschrieben, dass ihr den tollen Lucky Block wieder haben wollt! Der wird auch wieder kommen! Müsst ihr nur ein bisschen paar Tage warten, dann ist er wieder zurück! Weil den updaten wir bisher ein Lucky Block bei Trost! Deswegen hab ich auch Comeback am Anfang gesagt! Ja, ja! Wir machen den Block stärker! Kein! Aber Leute, über das Comeback werdet ihr noch mehr erfahren! Ja, ja, ja! Komm schon! Eine OP-Waffe bitte! Wie? Als ob ich nichts hab! Wo bist du? Ein Tee? Ja! Und jetzt komm ich rüber! Nein! Doch! Oh, oh! Nein! Oh, verdammt! Wieso bin ich so schlecht? Deswegen werde ich jetzt wieder verlieren! Ich hab Verfolgung gerade! Komm schon, schnell! Bitte! Eine Chance passt ihr noch, ne? Bist du schon da? Oh, oh! Passt! Komm, ja! Trau dich! Ich trau mich aber nicht, weil ich so schlechte Rüstung habe! Komm her! Ein Tee, ich krieg dich! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hä? Was ist das? Als ob... Oh nein, ich bin runtergefallen! Als ob du auch? Ja! So, ha, ha, ha! Jetzt komm ich rüber und hol mir die Runde! Ich hab da noch meinen Notfall-Helm! Oh nein! Ein Tee, bleib weg! Oh mein Gott! Ich bin so ein Loob! Ich bin so ein Loob! Ja, komm! Hol wieder mein Bett! Ich hab wieder verloren! Ich kann wieder gar nichts mehr machen! Okay, dritte Runde! Diesmal werd ich es aber sicher holen! Sehr sicher! Weil ich hab jetzt einen Plan! Ich glaub, du schaffst das nicht! Ich glaube an mich! Ich werd das schaffen! Ganz sicher! Warte, ich muss nur... Komm schon! Bitte! Das war ja einzige Hoffnung! Bitte! Danke, Block! Du weißt, was ich will! Nicht das! Ey! Was ist? Ich hab grad Dioros aufgemacht und da kam voll das Komische! Was denn? Das hat mir wer getut! Ey, ne! Jetzt bin ich wieder gestorben! Alter, ich bin so ein Loob! Was ist mit mir passiert? Einfach, guck mal! Ich muss mehr Minecraft spielen, ja? Wie? Alter, bitte! Was ist los mit mir? Meine Munition ist eh leer! Gut so! Als ob ich nicht das krieg, was ich wollte! Ey! Warte, kann ich das wenigstens kraften? Oh, bitte! Alter! Ich hoffe, das klappt! Wenn nicht, hab ich einfach wieder verloren! Komm schon! Ah, ich hab noch einer geblockt! Bitte, bitte! Wow, Eisenrüstung! Besser geht's nicht! Hä? Warte, geht das oder nicht? Alter! Zu fliegen? Nee! Boah, wenigstens hab ich so die Chance! Noch kann ich nicht fliegen, aber gleich! Bestimmt! Äh, äh, ich hoffe nicht! Ich hoffe doch! Ich geh jetzt einfach wieder zur Mitte! Ja! Was denn? Ach, nix! Hast du wieder krasse Items? Nee, krasse, die von mich, aber auch Items, die ganz cool sind! Ey, so unfair! Alty, siehst du mich? Nee, wo bist du? Äh, keine Ahnung! Ich glaub, ich hol grad die Emeralds, wenn ich das bin! Ey, meine Emeralds! Meine! Lol, ich bin runtergefallen! Wie? Ich Idiot! Wie? Das gibt es nicht! Wie ist denn das passiert? Wollt mich rüberbauen! Oh! Und dann hab ich so gedacht, ich bin der Vassbridge-Pro! Und hast es nicht geschafft! Aber ich hab ja noch acht Notfall-Emeralds! Ey, wieso? Ich hab überhaupt nichts! Wie, gar nichts mehr? Ja doch, aber nur schlechte Sachen! Alter! Ja? Es hat Zeit für Shade! Wieso? Ich hab mir Shade-Glocke geholt! Warum? Das ist unfair! Jetzt bist du dran! Nein, du bist dran! Alter, fetter Mut! Alty, bitte lass mir alle schauen! Ich baue mich jetzt rüber, okay? Glaube ich eher nicht! Wieso nicht? Naja, ich glaub... Oh mein Gott! Was hab ich gemacht? Ah! Oh, Wetter! Hä, Moment! Äh, weiß ich nicht! Und wieso respawn ich nicht mehr? Äh, hallo? Oh-oh! Alty! So, jetzt hab ich mal eine Runde gewonnen, damit es schon ab! Und ich hab mich einfach zu Flermaus verwandelt! Alter! Hast du's gar nicht bemerkt? Ja, aber ich werd ihm mal was zeigen, was ich noch hatte! Was denn? Ja! Bring dir den! Oh mein Gott! Tschüss! Ich bin verbiert! Ah! Okay, vierte und letzte Runde! Komm, jetzt bin ich mal bitte... Oh-oh, ich hab Kleins geholt! Aber die sind eh gut! Komm schon! Hä? Oh nein! Oh nein! Was ist los? Ich werd nicht sterben, wenn ich Pech hab! Wieso? Okay, hab überlebt! Alles gut! Ja, was hast du gemacht? Ich hab grad weiß, grad was gesponnt! Aber mehr auch nicht! Alter, ich hab mir einen Lucky Block Sly geholt! Der ist bestimmt voll gut! Oh-oh! Alter! Welche hast du geholt? Sly! Ist der gut? Sly? Ja! Mit der Beste, ne? Nee, es gibt bessere! Oh nein! Äh, geheime! Geheime Information darf ich dir nicht sagen! Okay! Also! Ja, du Pischwit! Ja, was? Wo bist du? Du kannst mich eh nicht mehr killen! Es ist vorbei! Äh, wieso das denn? Da bin ich mir sicher! Ganz, ganz sicher! Alter! Aus den Sly-Blöcken kommt nur Quatsch raus! Stimmt nicht! Doch! Nein! Ich dachte, die sind gut! Sind die doch! Sind die gar nicht! Ja, doch! Vertrau mir! Was ist denn das für Mist hier? Weiß ich nicht! Altie, wo bist du? Oh-oh! Siehst du mich? Ich fär mich! Oh-oh! Tee! Altie! Oh-oh-oh-oh-oh-oh! Bist du tot? Äh, ja! Wieso? Oh Mann! Juhu! Du bist gestorben! Oh nein! Ich schaff's nicht! Oh mein Gott! Du bist gestorben, oder? Leute! Schreib mir bitte tausendmal in die Kommentare, wie schlecht ich bin! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Ich wollte runter springen und dich holen! Und ich bin gestorben und hab's nicht geschafft! Ich war einfach komplett daneben gesprungen, ey! Wow! Alter! Ich glaub, ich sollte mal wieder trainieren! Alter, ich bin hinten bei deinem Bett, ne? Das wäre so, heute ist so eine schlechte Runde für mich! Bist ich mal bei deinem Bett? Doch! Nein! Das gibt's nicht! Doch! Meine Alten! Bist du tot? Ja! Gut so! Und ich hab fast nix mehr! Ja, ich hatte auch nix mehr! Ich bin aber schnell zur Mitte gegangen! Jetzt hab ich wieder was! Aber ich kann mir noch was holen, ne? Ich hab doch Smartphone hier! Oh nein! Wie viele? Neun! Ey! Und ich werd jetzt gewählt! Nein, ich! Weißt du wieso? Wo denn? Oh oh! Ey! Hast du mich gesehen? Ähm, wir können doch über alles reden, oder? Nein, können wir nicht! Antti, siehst du mich? Wo bist du denn? Keine Ahnung! Was machst du da? Oh! Entschuldigung! Ey! Ey! Ich war als Fläermaus da! Ups! Wo sponst du? Hier! Hallo! Ich war schon wieder eine Fläermaus! Oh! Tanne! Entschuldigung! Aber ich wollte halt ein bisschen abgehen! Ich wollte mal Action reinbringen! Ich dachte, ich hab verloren! Und ich hab's einfach geschafft! Leute, das war so eine letzte Runde! Antti, du musst nicht weit! Aber noch verfolgt du! Leute, lass deine Chopper-Altti vorbei! Und... Bis zum nächsten Mal!